Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ja, Chernobyl Light Ah, ich hab die Cam vergessen. Hallo, ich wollte auch mal ohne Cam aufgenommen haben tatsächlich Vielleicht in der nächsten Aufnahmesession mal Wir waren dabei so ein bisschen die Base auszubauen Um so ein bisschen auch die Luftqualität und etc. ein bisschen alles so zu verbessern Und Schlafplatz haben wir beim letzten Mal gebaut Jetzt wollte ich mal gucken, wo war das denn hier Luftqualität? Luftreinigeinheit Reinige die Luft in der Zuflucht mit den speziellen Filtern Und atme tief durch, wenn du dich traust Dieses Gerät verwendet ein spezielles Wasserfilterverfahren Um die Raumatmosphäre von tödlichen Partikeln zu reinigen Besser schlafen, länger leben Würde ich bauen Am besten hier neben dem Generator direkt Hier so Weiß zwar nicht, warum die Luft... Warte mal, kann ich denn? Okay, Luftqualität wird natürlich besser Logisch Dafür geht aber auch der Leistungsüberschuss runter Aber den Komfort der Basis müssen wir noch ein bisschen Verbessern Würde jetzt gerne mal nochmal gucken Was haben wir hier? Dekorationen Alter, die Puppen Ich will diese Puppen gar nicht hinstellen Das bringt alles nur plus 1 Ähm Plus 4 Plus 5 trennen wir ihn Da brauchen wir noch Kräuter Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen was verbraten An Ressourcen Ist nicht schlimm Komm Ist egal Wir, ähm Müssen ja sowieso Achso, ich wollte Dietrich bauen Genau Wie funktioniert denn das? Hier, Dietriche Zwei mechanische Teile und eine Chemikalien Einmal Dietrich Zweimal Dietrich Dreimal Dietrich Ich mach mal viermal Falls wir mal wieder ein paar Türen finden So wie in der letzten Folge Und, ähm Werden wir mal ein wenig, ähm Ja Oh Haben wir schon gebaut, Kumpel Natürlich Wir brauchen wirklich mehr Betten Ich hab keine Zeit dafür Ja, natürlich Hab ich doch schon gebaut Herr Kollege Kann ich mal mit dem quatschen? Immer noch nicht genug Betten Trainieren Äh Ich sollte einige Zeit mit ihm verbringen Neue Fähigkeiten zu erwerben Entfernen Vielleicht sollte ich in Betracht ziehen Mich von ihm zu trennen Ich kann das nicht tun Raus Trainieren Kannst du mich etwas trainieren? Ich kann mich etwas trainieren Wenn du willst, in der Zone der Kriegsverhandlungen Dann musst du die Fähigkeiten zu erwerben Ich kann dir ein paar Beispiele zeigen Aber das dauert ein Zeit Ja, es wird nicht leicht Ich bin nicht zufrieden Ich bin nicht zufrieden Ich bin nicht zufrieden Ich möchte die Leute Stillschweigen Niederschlagen Trainieren Zwei Sozialpunkte Folge mir Bereite mich Was kommt denn jetzt? Ok Ach, die bringen uns dann quasi die neuen Sachen dabei Der dreht sich doch gleich um, ne? Der Drecksack, oder? Ich weiß es auch genau Ich habe es gewusst Ja, wir haben Stealth Takedown Nice Ich habe Seki genossen mit dir zu trainieren Ja, ich auch Danke Ok, das heißt also Wir leveln quasi mit denen Und kriegen dann die Die, äh Neuen Vorteil Atemberaubend Ja, die haben wir jetzt Ah, ok Also das ist doch für mich Aber die trainieren uns dann quasi Ah, verstehe Ok, alles klar Jetzt macht das Sinn Ok Alles klar Das ist unser Inventar Oh mein Gott Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen was Und Lagerplatz könnten wir noch bauen Ne, warte mal Wir haben doch irgendwo bestimmt noch eine Lagerkiste, ne? Igos Inventar Hier, Lagerbehälter Nein, wir brauchen Nein, mechanische Teile Oh, warte mal hier Aber das ist nur ein Waffenschrank Kleiderschrank Du kannst hier eine Menge Zeug verstauen Wir brauchen mechanische Teile Unbedingt Ja Wir haben genug Bänden Hab ich doch gesagt So Dann gehen wir mal in unser Zimmer Das ist also unser Zimmerchen Schön Wir haben es richtig gemütlich Wir sind also der Boss Was? Arianda prüfen? Ich habe es geklaut Ja, nice Schön Toll Damit können wir also Erinnerungen wachrufen oder so Gut zu wissen Meine, die Tafel war auch nochmal wichtig Irgendwie, ich bin mir aber nicht sicher Hinweis zum VR-Gerät lesen Ja, schön Wie, mal abspielen? Tatjana Du bist es Hallo Okay Äh Ja Ansonsten haben wir hier ganz viele Bücher Die wir noch lesen können Da ist nochmal ein Bild von Tatjana Äh Okay, ja Würde sagen Wir legen uns mal schlafen Bis du sicher den Tag beenden möchtest Und schlafen gehen Deine Basis ist in einem schlechten Zustand Und wird diese Moral deiner Gefährten verringern Ja Es ist egal Es ist egal Tag 2 Die Zuflucht Morgen Am frühen Morgen geht's los Ich bin frisch aufgewacht Ich hab schlecht geschlafen Moin Na, wie habt ihr in eurem Bett geschlafen? Gut Es ist egal Es ist egal Es ist egal Ja, so wie gesagt. Okay. Ich habe für dich eine Misse. Es ist 077F. Es ist eine sehr wichtige Misse. Es ist eine riesige Misse. Es braucht, dass du sicher bist. Es ist, dass du sicher bist. Es ist eine Misse. Ja, das muss natürlich. Wir müssen diese Misse. Aber es ist einfach eine gute Möglichkeit. Es ist eine Misse 044F. Ich mache eine Mission. Ich bin der Boss hier. Also die Computersysteme. Von der Spezialeinheit. Irgendwie infiltrieren. Wenn ich das richtig gesehen habe. Die Server hacken. Das war für Sie. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Ich konnte sagen. Ich denke. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin immer noch der Boss hier Und ich sage immer noch, was wir machen und wie Und tralala, so Ähm, gut Unsere nächste Mission Was machen wir denn? Oh, hier oben hacken Das wird aber sehr schwer sein, glaube ich Michael, der Mann, von dem ich die Zuflucht Gemietet habe Gemietet? Hat mich kontaktiert Er möchte, dass ich ihm helfe Den NAR-Server zu zerstören Er hofft, dass dies den Einfluss der Zone Schwächen wird Ja, ich würde aber gerne Tatsächlich, äh Nochmal den Oliver nach 80% Erfolgschance Würde nochmal da hinschicken Dass er nochmal ein bisschen Nahrung und so holt Aber Kiste mit Munition ist das, ne? Warte mal 63 Munition Ruhe in der Basis Äh, nein, will ich nicht Es ist ein Abwurf 66% Pass auf, ähm Wir schicken ihm mal Munition holen Und wir machen mal Hier ist auch Munition, ne? Dann machen wir hier Dann gehen wir zum Hafen Prozentschance Fragezeichen Äh, rund um das Krankenhaus Und wir haben Teiltäglichen Munitionstropfen Festgelegt Äh, vielleicht lohnt es sich So, Daten zu übernehmen Äh, zu übernehmen Das machen wir mal Essen, Essen ist hier eine Mission Und hier oben Okay, pass auf Ja, möchte ich Und in der nächsten Runde Bei der nächsten Mission Würden wir ihn, glaube ich, schlafen Oder? Sehaut lassen Und wir sind Ich bin Die Bühne 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 Beziehungen Dug 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ui, oh wie schön das hier ist Ui, 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 wie viele Fragezeichen wir auf der Karte haben Oh Gott, das wird ja wunderbar Wir brauchen unbedingt Wir haben immer noch voll die Sachen Eigentlich Lohnt es sich gar nicht, jetzt schon loszugehen Weil wir hätten erstmal normalerweise Ein Lagersystem bauen sollen Oh nein, ich weiß, wo wir sind Das habe ich damals im Stream gespielt Hier waren überall Kreaturen Ich würde nur eben Schrott sammeln ein bisschen, wenn wir was finden Der Geigererzähler Schliehe ich ein bisschen aus Ich weiß nicht, ob die Die Kreaturen hier immer noch sind Müssen wir mal gucken Ja, ja, согласne, согласne Ja, natürlich bin ich. Ich bin deine Frau. Wie heißt du das? Ja, zwei Nuklone, die immer wieder nahe und immer wieder nahe zu sein. Du bist nicht so nett, nicht wahr? Aber warum ich liebe dich? Ich liebe dich, nicht auf jeden Fall. Du musst in meiner Leben sein. Du bist glücklich. Nicht meine Karriere, nicht meine Arbeit oder Arbeit. Nur du. Ich glaube, das ist alles. Wir werden jetzt ermöglicht. Okay. Sie würde alles für uns tun. Es war also ein Café hier gewesen oder so. Gut. Es sah zumindest so aus. Äh, hallo? So, ich brauche unbedingt... Ich brauche unbedingt Schrottteile. Oh, warte mal, da liegt noch ein bisschen was. Hallo, da habe ich alles übersehen. Moment, ich komme. Was habe ich denn da alles... denn da alles übersehen? Wie konnte ich das denn übersehen? Lebensmittelrationen, da ist noch eine Kiste. Wie konnte ich das vorhin übersehen? Mechanische Teile, drei. Nice. Normalerweise könnten wir jetzt zurück und mal eben schnell die Kiste bauen. Dann würde ich hier nochmal hinreisen. Ich meine, dann ist wieder ein Tag vorbei. Ist natürlich jetzt ärgerlich, weil wir halt nicht so viel Platz im Inventar haben. Kiste mit Beute haben wir auch noch. Können wir nicht da reinpacken, ne? Ah, wir können umsortieren. Kann man auch drehen? Ach so. Das ist ein bisschen wie bei Tarkov jetzt hier. Mach das mal so. Klar, wir haben noch ein bisschen Platz, so ist es nicht, ne? Ähm... Will man tatsächlich mal eben die Waffen nach oben packen. Inventar-Management. Warte mal. Machen wir das mal so. 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 Okay. Weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. Werden wir sehen. Wir erforschen jetzt erstmal weiter. Oh. Ich bin verstrahlt. Ich mein, bin ich so oder so? Aber... Naja, gut. Okay. Let's go. Wir haben ja noch einiges zu erkunden. Da ist erstmal ein Fragezeichen. Da gehen wir jetzt erstmal als erstes hin. Und schauen mal, was uns dort in 42 Metern erwartet. Was muss hier sein irgendwo? 6, 5, 4... Hä? Ah, hier. Oder? Ne. Oder ist es hier vielleicht? Es soll... Da sind die Pfeile unten. Hier sind noch Pilze oder Kräuter. Kräuter nehme ich mit. Oh. Oh, ja. Als wär's... Als wär's gestern gewesen. Ich weiß es noch. Was? Aber hier wollte ich gar nicht langen. Hä? Wer schießt denn da? Und war das jetzt das Fragezeichen gewesen? Ich düse nochmal zurück. Ich dachte hier wär ein Bunker oder so. Das war glaube ich das Fragezeichen, ne? Oder? Ja, weil hier ist das Fragezeichen hier ist weg. Okay, das war das gewesen. Dann gucken wir mal hier jetzt erstmal weiter. Alles so alte Bootwracks und so. Das sind glaube ich keine Schüsse, ne? Das ist glaube ich wieder der Blitz oder so. Der Blitz, der hier einschlägt. Ah, die Musik. Der Wack. Das war schon 80. Also die Luftwracks sind wir ja nie schon hier. Die sieben Jahre her. Und eigentlich haben wir... das구요? Bad. Oh, oh. Ne Kalaschnikow. Juhu. Toll. Die habe ich auf... Die packe ich mir mal eben auf... Wie kann ich denn hier auf die Schnellauswahl ausrüsten? Mit F. Aber wie wähle ich denn die auf der Schnell... Ach, Schnellmenü mit C. Und jetzt? Ah, okay. Das ist noch ein bisschen verwirrend. Da muss ich erst mal gucken. Ach, du Heiliger. Na, das kann ja was geben. Sollte mir die vielleicht auf die 1, 2 und 3 liegen oder so? Das macht, glaube ich, mehr Sinn, ne? Eins, die Pistole. Ähm. Zwei, die Kalaschnikow. Und drei, die Schrotflinte. So. Ähm. Dann mache ich auf die 4. Unser Gerät. Und auf die 5. Mache ich hier unser... So. Heilung. Hier haben wir noch ein Erste-Hilfe-Set. Das würde ich mir vielleicht auf die 6 machen. So. Okay. 7 und 8 haben wir noch frei. Würde ich erst mal lassen. Also, den haben wir jetzt auf... 1, 2, 3, 4. Ja, wunderbar. Alles klar. Das ist ja viel besser. Okay, die Blitze schlagen inzwischen durch ein. Ähm. Wo ist das nächste Fragezeichen? Da. In die Richtung. Okay. Ich habe so eine schlimme Befürchtung, dass das hier nicht einfach wird. Auf der... Wir können mal auf die Karte gucken. Apropos Map. Nein, wolle ich nicht. Ja, das Gebiet ist noch, äh... Da ist auf jeden Fall ein Händler. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt gehen wir erst mal hier hin. Ich glaube, diese Fragezeichen sind auch manchmal so Erinnerungsblöcke oder Erinnerungsstücke, was hier wohl passiert ist oder so. Oh, fuck. Du sagst es. Oh. Er ist ja auf sich allein gestellt. Helfen. Ich habe Medikamente. Oh. 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 Mal gucken, ob uns das nicht zum Verhängnis wird. Tatsächlich. Aber... Ich bin ein Retter in der Not. Muss man sagen. So. Dann würde ich jetzt hier so entlang schlendern. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Ruhe haben. Natürlich müssen wir noch weitere Ressourcen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Ressourcen da oben, ne? Verdammt. Dieser Blitz. So. Gut. Da können wir reingehen. Machen wir natürlich. Wir erkunden hier alles. Alles werden wir hier erkunden. Und das ist so riesig, diese Gebiete. Oh, oh. Das sind zwar Tropfen von einer undichten Leitung. Aber in Wirklichkeit sind das die Tropfen aus meiner Hose. Guck mal, können wir schon nutzen. Na, guck mal einer an. Ich bin voll. Ja, dass du voll bist, das ist mir schon bewusst. Verdammt. Jetzt haben wir den... Quasi umsonst verbraucht. Aber wir ja immer noch eine AK da haben. Aber ich glaube, wir haben die ja sowieso gefunden. Eine AK, ne? Ja, eine AK 47. Shit. Kann ich... Ja, ja, ich konnte es gerade aufheben. Von hier aus nehme ich die Pilze. Endlich ein Spiel, wo man durch die Scheibe greifen kann. Das sieht aus wie ein Krankenhaus hier, ne? Oder wo Leichen aufgebahrt werden oder so. Oder vielleicht ein... Naja. Großartig. Was ist das denn da unten noch? Haben wir das übersehen? Ja, ich glaube, das haben wir übersehen. Antistrahlenmedizin. Die nehmen wir mit. Radioaktivität ist noch relativ gering. Multisievert, glaube ich, ist das, ne? Die Anzeige MSV, ne? Meine ich zumindest. Ich glaube, Multi... Oder? Mein Multisievert ist, glaube ich, die... Die korrekte Bezeichnung der... Der Strahlenmessung. Bin mir dabei auch nicht ganz sicher. Ich würde ja echt gerne mal so eine... Oh, Taschenlampe ist leer gewesen. Ich würde ja echt gerne mal so eine Reise nach Chernobyl machen, ne? Einfach nur mal so etwas zu sehen. In echt, so in real life. Diese verschwörerische Musik. Oh, Lebensmittelration. Juhu. Ich frage mich, was für Lebensmittelration der da nimmt, wenn man die im Lager hat. Ob die da aus dem Lager dann ergriffen werden oder wie das Ganze funktioniert. Wenn man dann so ein Lagersystem hat. Okay. Gut. Als nächstes würde ich jetzt erstmal die Fragezeichen abklappen, bevor wir zur Hauptmission müssen. Oder gehen. Also gehe ich jetzt erstmal straight hier lang. Oh nein. Ich bin verstrahlt. Ein wenig. Der sieht mich doch, 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 der sieht mich doch. Der sieht mich nicht. Boah, hier sind Soldaten, verdammt, scheiße. Ich hab's gewusst. Ich muss den Flexi in der Zukunft daran erinnern, dass der unbedingt ein Lager baut. Da ist auch ein so, oh nein. Ich muss den Fisch aufschreien. Ey, nicht mehr. Geh der Feuer! Was ist das? Er schreitzt. Er schreitzt? Er sind in der Luft. Hast du Probleme? Ich werde nicht schreien für einen verrückten Verrückter. Lätenant! Pass auf die Patrol. Sie holen sich die Körper. hat sonst keiner gehört anscheinend ich nehme alles mit so und da hinten ist auch noch ein kandidat du hast ein neues level erreicht du hast ein sozialpunkt verfügbar nice okay die haben den erledigt ist schade ich hätte vielleicht schneller reagieren soll ich wusste nicht ich hatte so ein bisschen angst das war das eine fragezeichen da müssen wir jetzt als nächstes lang würde mal vielleicht hier so in dieser bus haltestelle einfach mal speichern und ich hoffe ich kann hier was das denn hier an der kiste okay dann würde ich sagen bewegen wir uns in der nächsten folge einfach mal so in die richtung der statu so da müssen wir hin 30 meter sind jede fragezeichen die ist die herausforderung das wird glaube ich sehr sehr spannend und ihr sollt das auf keinen fall verpassen in der nächsten folge hier bei channel light ich würde mich freuen also macht's gut tschüss das ist Untertitelung des ZDF, 2020